Boom, 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 ja, boom. Und heute geht es um, ich glaube, das sind Pronomen, also wird es ein bisschen grammatisch, habe ich den Eindruck, vermute ich einfach mal, ich glaube, das waren die Sachen, mit denen wir so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, ja, genau, genau diese hier, das ist nämlich dieser, diese, dieses im Deutschen, dieses Wort, dieses Wort, verstehst du? Ähm, und die Formen finde ich teilweise ein bisschen verwirrend, weil die Endungen für mich nicht immer so klar ersichtlich sind, weil ich habe ja eigentlich schon das Gefühl für die Endung, welche Endungen die richtigen sind, meistens zumindest, ähm, und es ist eigentlich nur so eine auswendig Lerngeschichte hier bei diesen Sachen, ähm, aber wenn man das nicht macht, was ich, warum auch immer noch nicht so gemacht habe, das ausländisch Lernen, Wenn man das nicht macht, dann ist es halt ein bisschen, ja, schwierig, das da durchzublicken, was die richtige Form ist. Jedenfalls, Albine ist, äh, Plural Feminin, ja, also Mehrzahl Weiblich, ne, falls jemand, die mit den Fachbegriffen nicht so vertraut ist, und, ähm, jetzt haben wir hier Aceste und Acester. Und, ich tippe mal auf Acester, weil ich glaube, ich habe die Vermutung, dass Aceste nicht alleine stehen kann, dass da noch ein Wort da dran kommt, zum Beispiel wie diese, was weiß ich, was könnte weiß sein, diese Schuhe sind weiß, oder sowas, ja, und hier steht aber nur, diese sind weiß. Und ich glaube, da muss das A hinten drin, ich glaube, so funktioniert das Ganze. Es scheint richtig zu sein. Ah, guck mal hier, ich habe sogar Albine gerade falsch, ich habe an Albinos gedacht, weißt du, weil die ja keine, äh, Pigmente haben, deswegen weiß sind, musste ich gerade an, an weiß denken. Aber das sind Bienen, Albine. Na gut, das ist eine andere Geschichte, aber gut, dass ich es gerade nicht übersetzen musste, weil, ja, Albine sind Bienen. Nicht verwechseln, bitte, wie ich gerade. So. Und jetzt, das sind die Unregelmäßigen, denn die gibt es auch noch. Das, was wir gerade hatten, waren die Regelmäßigen, hier gibt es auch noch Unregelmäßige Formen. Und das macht die Sache noch ein bisschen komplizierter, weil das da noch schwerer für mich zu erkennen ist, was die richtige Form ist. Es wird nicht besser. Acher, Acher mit Doppel-E oder mit einem E? Ich glaube, mit einem E. Ich glaube, das mit Doppel-E ist nur, wenn es alleine steht, aber ich bin mir nicht sicher. War aber richtig, sehr schön. Dieses Buch ist meins. Acher, Acher, oder so, Acher-Karte-Jester-Mer. Und ich habe gehört, ich habe mir sagen lassen, ich hatte da neulich einen Rumänen in den Kommentaren, der mich aufgeklärt hat, danke dafür, dass diese umgangssprachlichen Formen auch nicht immer angemessen sind. Dass man die in offiziellen Kontexten vielleicht vermeiden sollte. Oder vielleicht dann eher auf Acersta und Acerla und so, solche Sachen sich beschränken sollte. Genau. So. Östia, Sünd, Bejetz, Schi, Aster, Aster, Sünd, Fette. Östia. Also, ich muss ja nur übersetzen, ich muss die Form ja nicht durchblicken. Es macht die Sache ein bisschen einfacher. Das wäre dann einfach nur, also ich kann es mir vorlesen lassen, für den rumänischen Originalsound von der Computerstimme. Weiß nicht, ob der immer richtig ist, aber sie spricht das so aus. Östia, Sünd, Bejetz, Schi, Aster, Sünd, Fette. Ja, ein bisschen schnell finde ich, aber okay, gut. Ich bin ja halt auch kein Rumäne. Der Satz zu weisen, diese sind Jungen und diese sind Mädchen. Wort für Wort. Und das schreiben wir jetzt auf Englisch hin. So, man sieht, im Englischen ist es gleich. Und im Deutschen wäre es auch, diese sind Jungs und diese sind Mädchen. Aber im Rumänischen gibt es einen Unterschied zwischen männlich und weiblich. in der Mehrzahl. Da muss man dann unterscheiden. Und deswegen sind da zwei verschiedene Formen für eigentlich das gleiche Wort in anderen Sprachen. Weil sie zusammenpassen müssen. So. Inginerul acela jeun muncit or bun. Moment, das hören wir uns mal im Original an. Inginerul acela jeun muncit or bun. Acela, sagt ihr, oder? Inginerul acela jeun muncit or bun. Ich bin halt bei der Betonung im Rumänischen. Ich bin nicht so sicher, ob ich das richtig mache. Naja, jedenfalls heißt dieser Satz, es ist nicht this, sondern eher that. Im Deutschen unterscheidet man das ja nicht so deutlich. Aber man könnte sagen, jener Ingenieur, nur sagt das halt niemand so wirklich. Also, wir bleiben im Deutschen beim dieser, weil man dies im Deutschen sowohl für this als auch für that benutzt. Also auch für acest, sowohl für acest als auch für acel. Und, ähm, deswegen bleiben wir beim Deutschen beim dieses, aber es ist eher that als this. Das sollte man anmerken. Also, that engineer. That engineer. That engineer is, is, is a good worker. So. Dieser, dieser oder jener Ingenieur ist ein guter Arbeiter. Also, ne? Muncit or bun. Arbeiter gut. Also, Arbeiter guter. Guter Arbeiter. Das ist im Rumänischen eben umgedreht. So. Kunoscht acelersh fette. Okay, ich glaube, das asch, was dahinter steht, das macht das zu demselben sozusagen. Also, die Bedeutung. Dieselben Mädchen in dem Fall. Fette sind Mädchen. Und kunoscht, das klingt so nach kennen. Und, ich glaube, es ist genau, es ist du, du kennst oder ihr kennt, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Tatsächlich bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ich würde vermuten, es kennst du dieselben Mädchen. Im Englischen macht es ja wieder keinen Unterschied, weil you ja sofort sowohl Einzahl als auch Mehrzahl ist. Deswegen brauchen wir uns da jetzt keine Gedanken machen. Aber im Zusammenhang mit dem Deutschen würde es mich jetzt doch schon interessieren, weil es ja einen inhaltlichen Unterschied macht. Denn die Rumänen unterscheiden ja auch dazwischen. Nur die Engländer halt nicht. Do you know the same girls? Fragezeichen? Richtig. So, accele, raze, vor, bine. Okay. Accele sind jene, also diese, wie auch immer. Those im Englischen. Those und raze sind Enten. Ja, das klingt, das sieht zwar aus wie ein anderes Tier, was im Deutschen auch so ähnlich aussieht. Aber nein, es sind Enten. Und vor heißt wollen. Und brine ist wie im Französischen pain oder sowas. Oder im Spanischen pan. Brot. Also, those ducks want bread. Also, diese oder jene Enten wollen Brot. Those ducks want, nicht vnat, sondern want. Ich habe schon wieder geschrieben. Was ist denn da los? Want bread. Genau. Acel bucătăr, bucătar, face prăjituri bune. Moment, das hören wir uns nochmal im Original an. Acel bucătăr face prăjituri bune. Bucătăr, 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 bucătăr. Ich bin mir halt, wie gesagt, bei der Betonung nicht so sicher. Acel bucătăr face prăjituri bune. Jener oder dieser, es müsste dann der Koch sein, weil bucătăr rie ist ja die Küche. Also, muss bucătăr der Koch sein. Also, dieser Koch oder jener Koch macht gute, und prăjituri waren, glaube ich, die Cupcakes. Also, wären wir bei, that cook makes good, good cupcakes. So. Genau, dieser Koch macht gute Cupcakes. Ich hoffe, das stimmt. Stimmt auch, sehr schön. These are bees. Acestas und Albine, das hatten wir vorhin. Wie klingt das im Original? Ich glaube aber, ich glaube tatsächlich, dass beau eigentlich falsch sein müsste, weil es eigentlich, da steht ja beau. Und ich habe bisher noch keinen Hinweis dafür gehört, warum das Wort beau ausgesprochen werden sollte. Weil die Rumänen sind normalerweise ziemlich nah an ihrer Schrift mit ihrer Aussprache. Und hier steht eindeutig beau. Deswegen würde ich sagen, es heißt auch, man sagt auch beau und nicht beau. Also, sie sagt vacile, oder? Vacile acela nu beau lapte. Acela. Vacile acela nu beau lapte. Okay. Französisch wasch heißt kuh, ne? Und beau ist wie im französischen bois und lapte ist wie lae oder, ja, irgendwas mit lact, weil lact ist ja die, die Wurz, die lateinische Wurzel, ne, war das für, für Milch. Also, ja, diese Kühe oder jene Kühe trinken keine Milch. Those cows, cows don't drink milk. So, genau. Those cows, cows don't drink, 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 milk. Genau. Acela, carte, jester, mer. Ähm, was war das nochmal? Acela, carte, das ist wieder so ein unregelmäß, also ein umgangssprachliches Pronomen, ja, für Wort, wie man im Deutschen sagt. Ähm, war das jetzt, ich glaube, das ist that, also jenes, wie gesagt, im Deutschen unterscheidet man das ja nicht. Ähm, also nicht so häufig, zumindest. Ja, that book is mine, quasi, also dieses Buch oder jenes Buch ist meins. That book is mine. Genau, so war es auch. Es war that und nicht this. Surorile, mele, ajute, aceyashkopi. Kopi. Kopil, kopi. Kopi. Das ist so eine schwierige Sache mit dem Wort kopil, weil kopil wird in der Mehrzahl zu kopi und dann, das heißt dann Kinder, also Kind wird zu Kinder, natürlich, und dann, äh, die Kinder sind dann kopi, mit drei i. Naja, wie auch immer, da muss man so gefühlt beim Aussprechen mitzählen, dass man die auch alle mitspricht, ne, irgendwie. Naja, äh, das heißt auf jeden Fall, ne, Surorile müsste auch sein wie im Französischen Sir, Schwester. Äh, also Surorile mele sind meine Schwestern. Ajuta ist wie, äh, ich glaube, wie, wie, wie zum Beispiel im Lateinischen adjuvare oder sowas. Oder eben im, im, im Spanischen ayudar, also helfen. Und, ajujash sind ja dieselben. Und Kinder sind kopi. Und es ist ja eher nicht weniger helfen, als vielmehr unterstützen, von der Grammatik her, weil man unterstützt jemanden und man hilft jemandem, das ist ja ein Unterschied. Und in, im, in allen Sprachen, die ich kenne, außer Deutsch, ist helfen direkt, ja, also jemanden helfen sozusagen, also wie ihn unterstützen, jemanden unterstützen und nicht jemandem. Das ist indirekt, ne? Ja, so ist es halt. Meine Schwestern helfen denselben Kindern oder unterstützen dieselben Kinder. Jetzt möchte ich noch mal hören, wo die Betonung bei ajoute liegt. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Meine Schwestern helfen denselben Kindern. Meine Schwestern helfen denselben Kindern. The ones on the table are vegetables. Moment. De Pemasse, das ist überall. Sunt Legume. Also Legume ist auch im Französischen, ist Gemüse. Achela de Pemasse. Das ist wörtlich von auf dem Tisch. Das ist ein bisschen merkwürdig, die Formulierung, wie ich finde. Aber das ist im Rumänischen wohl normal. Diese von auf dem Tisch, sozusagen, sind Gemüse. Sind Gemüses. Keine Ahnung. Das Wort Gemüse verwendet man im Deutschen ja ein bisschen anders. Deswegen kann man das nicht so direkt übersetzen. Aber das müsste stimmen. Und es stimmt auch. Das ist wieder so eine umgangssprachliche Form. Ich will die ganze Zeit unregelmäßig sagen. Aber es heißt ja umgangssprachlich. Unregelmäßig ist ja eine andere Geschichte. Ähm... Wie spricht sie das aus? Wie verschluckt irgendwie was. Ich weiß aber nicht, ob das gewollt ist. Ich glaube, es ist nicht gewollt, weil das klingt so nach so einem harten Cut, weißt du, in der Aufnahme. Es ist ja keine Aufnahme, es ist eine Computerstimme, sozusagen. Okay, das müsste auf jeden Fall... Ne, ist es jetzt this oder that? Das weiß ich halt nicht so genau. Ich glaube, es ist that. Also that is a kitchen. Also das ist eine... Jenes ist eine... Das ist eine... Wie auch immer. Dies ist eine Küche. That is a kitchen. Ja, sowas auch. Celals sind my puternic. Celals sind die anderen. Also wörtlich, weil man kann ja dieses Cey, also Cel, Cha, Cey, Celle, ist ja quasi auch sowas wie der, die, das. Hat nur so eine andere Art, wo es auftaucht. Man lernt es mit der Zeit, wo das hinkommt. Weil es ja so ein spezieller Verwendungszweck dafür ist. Also nicht so, wie man es vielleicht... Ich kann es jetzt schlecht beschreiben, weil... Ich habe die Hintergründe von der rumänischen Sprache noch nicht so studiert. Wie zum Beispiel im Deutschen oder so. Aber auf jeden Fall, alt kommt auch aus dem Lateinischen. Es ist sozusagen die anderen. Man kennt ja zum Beispiel alter ego. Kennt vielleicht jemand die Formulierung. Das heißt anderes ich. Weil alter ist anders, anderer oder wie auch immer. Und Ego ist ich. Also alter Ego, anderes ich. Und Celals sind dann die anderen. Auch wörtlich aus Cey und Alts so zusammengesetzt. Celals. Die anderen. So, sind my puternic, sind mehr stark. Oder starke. Sie sind mehr starke, könnte man wörtlich sagen. Also sie sind stärker. Heißt es letzten Endes. So im vernünftigen Deutsch. Sie sind stärker. They are... Nee. The others. Die anderen. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Die anderen. The others. The others are stronger. Genau. So, Acesta sunt albine. Das hatten wir doch vorhin schon. These. Diese sind... Diese sind... Oder das sind Bienen. These are bees. Klingt auf Englisch schön, muss ich sagen. These are bees. Naja. The one with the dirty clothes is a worker. Okay. Der mit den schmutzigen Klamotten ist ein Arbeiter. Wie formuliert man das am besten im Rumänischen? Hm. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie ich es formulieren soll. Der... Das ist ja quasi ein Relativsatz. Okay. Sagt man dann sowas wie Cell? Das wäre zumindest von der Grammatik her das richtige Wort. Aber ich weiß nicht, ob man das Wort so einsetzt. Kann ich ja gerade mal versuchen rauszufinden. Cell. Cu... Sagen wir mal Heine, Murdare. Das sind nämlich schmutzige Klamotten. Heine sind Klamotten. Murdare ist schmutzig. Und... Sagt man das so? Ist die Frage. Weiß ich jetzt halt nicht. Ist ein Arbeiter. Ist ein Arbeiter. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich kann das Komma auch wegmachen. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Bin mir nicht sicher. Ich möchte es mal ausprobieren, ob man das so sagen kann. Kann man... Man kann es so sagen. Ich habe einen anderen Fehler gemacht. Mit denen. Da steht es auch im Englischen. Mit... With the dirty clothes. Und ich habe das im Rumänischen weggelassen. Ich depp. Aber der Rest war richtig. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann habe ich ja ein richtiges Gefühl gehabt. In der rumänischen Sprache. Das ist auch... Gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen, wenn sowas funktioniert. Hat nur an einer anderen Stelle gerade gehakt. Aber es hätte geklappt. That one does not buy eggs. She buys peaches. Also... That one. Also diese quasi. Sie... Diese... Diese kauft keine Eier. Sie kauft Pfirsiche. Ähm... Das kann man jetzt hier auch Cha sagen. Ich werde... Wir hatten vorhin Chell für dieser. Und wenn wir jetzt diese sagen, können wir dann Cha sagen. Cha... Cumpere... Cumpere... Das war glaube ich Comprar auch im Spanischen, oder? Ja, auch so ähnlich. Canu... Cumpere... Oue? War das, ne? Oue? Ja... Cumpere... 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 dem Satz, da hätte es ja theoretisch geklappt, also möchte ich es mal ausprobieren. Ah ja, ah ja. Gut, es funktioniert anscheinend nicht immer, habe ich den Eindruck. Schade. Okay, dann bin ich da noch nicht ganz dahinter. Oder hatten wir vorhin this one und es ist vielleicht dafür gedacht. Ich sollte bei den A-Chest und A-Chel bleiben und nicht solche Experimente machen. Darum geht es ja bei dieser Lektion eigentlich. Celle de Pémasse sind Legume. Aber hier, guck mal, hier haben wir wieder Celle. Ich bin noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie das alles funktioniert, aber ich hoffe, ich lerne das noch. Ich bin dran auf jeden Fall. Die auf dem Tisch, von auf dem Tisch wörtlich übersetzt, sind Gemüse. Those on the table. are vegetables. Genau. The one with the white shirt is a physician, also ein Arzt, ne? Also hier müsste doch eigentlich wieder das mit dem the one. Guck mal, das war das. The one. Das habe ich mit Chell übersetzt. Vielleicht war das der Unterschied. Chell, Q, jetzt, ähm, jetzt weiß, 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 weiß. Albe war das doch, oder? Albe, hoffe ich zumindest. Je, oder medic, der mit dem Hemd, weißen, wörtlich übersetzt, der mit dem weißen Hemd, ist ein Arzt. Je, un, medic. Schauen wir mal. Jawohl. War richtig. Sehr schön. These ducks are, äh, eat. Eat. Sie sind kein Brot, sie essen Brot. Das ist ja im Deutschen auch verwirrend, damit du wisst, was du isst. Und jemand isst, was er isst, dann ist es total verwirrend. These ducks. Acce, nee, accestra. Acche, nee, acceste. Ratze. Oder, müsste das doch sein? Accheste ratze? Oder ratzele. Acces, nee, Moment. Arzele accesta. Oder, accheste ratze, oder so. Ich glaube, so was. Das ist, ist für mich noch ein bisschen schwierig nachzuprobieren. ziehen oder es auch zu erklären. Auf jeden Fall mennke, mennke und dann brine. Und es war richtig. Juhu, sehr schön. The one with the dirty clothes is a walker. Das hatten wir vorhin. Cel, Kuh, Heine, Le, sind nämlich die Klamotten und Heine wären einfach nur Klamotten. Die Klamotten, die schmutzigen Klamotten, murdare, je oder jeste, ist egal. Un muncitor. Munchitor. Cel, Kuh, Heine, Le, Mordare, je un muncitor. Genau. That one does not buy eggs, she buys peaches. Äh, that one. Haben wir hier schon wieder. Ne, das war wieder was anderes. Wir hätten vorhin the one und that one. Also müssen wir jetzt sagen, a, accella, nu, kumpere, hoppela, kumpere, kumpere, oe, ja, kumpere, jetzt piersic. Jene, also diese, jene, kauft keine Eier, sie kauft Pfirsiche. Acher, warum, hm, warum ist das falsch? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Weil Acher männlich ist. Das A hat mit weiblich nichts zu tun in dem Fall. Und das ist das, was mich verwirrt. Weil dieses A, was am Ende steht, nichts mit weiblichem zu tun hat. Acherda ist, glaube ich, eine männliche Form. Und das bringt mich, hoppela, das bringt mich so ein bisschen durcheinander. Also Acher, nu, kumpere, oe, ja, kumpere, hoppela, kumpere, piersic. Acher, nu, kumpere, oe, ja, kumpere, piersic. Jetzt stimmt's. Und jetzt sind wir auch durch. Hat aber auch wieder gedauert, wie ich feststelle. Uiuiui. Gut, ich bin auf jeden Fall dran. Und das ist echt so eine, ja, Kopfnuss, sag ich mal. Aber es ist wieder gestärkt. Das freut mich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen und Mitdenken. Wie immer freue ich mich, wenn, wenn jemand es besser weiß oder Fragen hat und das in den Kommentaren zum Ausdruck bringt, weil mich das natürlich interessieren würde. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. La revedere. Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen. Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Bum, 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 bum,